Ja hallo, wir schauen uns in diesem Video an, wie man statische Eigenschaften und auch Methoden setzen kann. Diese sind natürlich nicht immer hilfreich und entsprechen jetzt auch nicht so wirklich der Objekteorientierung wegen dem statischen Verhalten. Aber manchmal sind sie doch sehr hilfreich, denn man möchte nicht immer eigene Objekte in den Klassen anlegen, nur um zum Beispiel, wie wir jetzt hier einfach mal geschrieben haben, einen Footer zu erzeugen. Ja, so der, der kann ruhig statisch bleiben, können wir in mehreren Klassen dann auch benutzen oder sonstiges damit anstellen und den müssen wir nicht immer instanzieren. Und somit würde sich der statische dann eher anbieten. Ja und das funktioniert auch schon hier wunderbar, wie Sie sehen können. Das ganz normale mit der Hilfsklasse, dem Objekt und dem Aufruf über das Objekt. Und wie gesagt, jetzt zeige ich Ihnen, wie man das statisch hier machen kann. Also Public Static Function mache den Footer, haben wir ja Ihnen genannt hier. Und ja, jetzt brauchen wir das Objekt hier überhaupt nicht mehr. Also, können wir wegnehmen. Wunderbar. Dann einfach hier Hilfsklasse kopieren und mit zwei Doppelpunkten trennen. Schon erfolgt hier der statische Aufruf, sollte auch wunderbar funktionieren. In der Tat, so ist es auch. Ja, also das hier ist die Funktion, die jetzt hier statisch uns zur Verfügung steht und aufrufbar ist. Aber was wir jetzt nicht mehr machen können, ist zum Beispiel hier mit SIS irgendeiner Eigenschaft hier irgendein Werk zuzuordnen oder zuzuweisen. Ja, wir haben hier kein Objekt, daher können wir das auch nicht mehr so verwenden. Aber ich zeige jetzt nochmal hier, wie man das bei Eigenschaften macht. Da ist dasselbe in grün, hier ist Static. Und irgendein Name, ist ja egal. Noch irgendwas. Und das pflanzen wir jetzt einfach hier unten rein. Zunächst noch das BR. Ja, und jetzt schreiben wir einfach unsere Hilfsklasse und greifen hier einfach auf den Zusatz zu. Ja, das hier funktioniert erst einmal nicht. Das zeige ich jetzt mal kurz. Ja, wir sehen hier Undefined, Class, Konstant und Zusatz. Ja, also was wir aus den Objekten kennen, ist hier nicht der Fall. Ja, hier in dem statischen Aufruf muss zwingend ein Dollarzeichen verwendet werden. Dann schauen wir uns mal den Unterschied an. Noch etwas. Wunderbar. Klappt also. Na, jetzt gibt es aber noch ein paar Probleme. Also, was wäre, wenn wir jetzt wirklich doch nochmal hier sagen, okay, ich will doch ein Objekt haben von der Klasse. Ja, und dann hier unten sage ich ihm einfach, gebe ihm mal den Zusatz aus. Zusatz hingeschrieben. Schauen wir mal an, ob es funktioniert. Okay, Undefined Property klappt also irgendwie nicht. Ja, aber hier gibt es natürlich auch wieder eine Möglichkeit, das zu umgehen oder trotzdem hier zum erwünschten Ergebnis zu kommen. Dazu schreiben wir eine neue Methode hier in der Klasse. Diese ist natürlich wieder öffentlich, aber diesmal nicht static. Ja, wir sagen einfach, ich will den Zusatz. Also schreiben wir auch get Zusatz oder sowas ähnliches. Ja, und hier wollen wir dann zurückbeliefert bekommen. Und hier ein neues Schlüsselwort, self. Ja, self im Zusammenhang mit static liefert uns dann quasi den Zusatz, den wir oben definiert haben, einfach zurück. Und jetzt sollte das eigentlich klappen, wenn wir jetzt hier unten dann auf die Methode zugreifen wollen. Na, ich blende das hier mal aus. Nicht, dass wir das zweimal bekommen. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Und noch etwas. Das klappt also nur mithilfe des Schlüsselwortes self im Zusammenhang mit dem static. Also wenn Sie solche Hilfsklassen hier schreiben wollen, dann gibt es hier immer ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Und ich würde sagen, das hier zu static und Eigenschaften und Funktionen im Zusammenhang. Okay?